und es ist schön farbe alter oder ja ich gehe kaputt guck dir das an ich meine das wäre in ordnung gewesen aber nein das scheiße ich habe es mir die farbe um den adler das finde ich auch geil wir haben jetzt 5 alukoppeln gefunden in drei stunden das kann es nur noch mal das bild als das von gestern das kann es zu niemandem ganz vorsichtig oben liegt auf das ist eine tasche so ein ding So ein Schulterriemen oder so, bestimmt. Jetzt kommt es aber. Ja, hängt die Koppel dran? Ich glaube es nicht. Ja, aber wovon soll das Signal koppeln? Da rinnt doch was dran. Das ist ein Aram. Ein Aram oder ein Y. Schade. Ich meine trotzdem geil, ne? Das ist aber typisch Y-Rieben, eigentlich nicht die Schnalle. Schauen wir mal zuerst mal. So, mega geil. Ja, doch. Es wird noch gut, ne? Ja, schön. Da hier ein bisschen ein Schwert ist, was abgebrochen. Haben die bestimmt abgebrochen. Ja, das ist die gleichmäßige Geschichte. Ja. Oh. Schön, das Hakenkreuz ist auch noch dropp. Krawallhaken dabei. Soll ich mal mit der hier mal leicht drüber gehen? Alter, wie das nicht? Okay, darauf gebe ich mal einen wieder einmal. Ich habe es auch gerade erst ausgemacht, aber das ist egal. Wollen wir nicht bilden? Was? Wollen wir gerade bilden? Echt? Ja. Ah, Krawallhaken dabei. Wollen wir mal einer da oben? Doch, da war ich. Warst du? Ruhig, ne? Hat wir nichts. Wahnsinn, hier. Da ist auch ziemlich Verkehr auf dem Weg. Ja. Und so, und so ein Swing-Yong. Da ist auch ein Wachbund. Wollen wir mal eine Daumen hoch. Wollen wir mal eine Daumen hoch ? Ja, mein Schiff. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist auch das Problem, dass die oben draufklafen. Guck, da löfft ne Maus, Alter. Hammerhart löfft sie gerade hier raus. Egal wo du hingehst, da sind Löcher oder ich die Spuren, wo du lang gehst. Da ziehst du gar nichts mehr drauf. Ja, heute läuft. Klingeln Komplett oberspezelt. Echt? Das ist krasse Nummer. Schön hier noch die schwarze Farbe. Bei mir hat es jetzt aber lang gedauert. Aber beißen wird belohnt. Immer im Leben. Traum. Mega. Hast du gerade deine Printeresse noch da? Schicht so ab und dann umgeklappt. In einem Tag. Mit ein paar Mann. Ich habe jetzt bestimmt die letzte halbe Stunde. Wenn du noch ein oder zwei Signale hast. Ja, ist ja auch. Ich bin hier wirklich noch mal ganz penetrant an den Rand. Und dann direkt beim Auto. Du wirst ja mit runtergekommen. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Tat. Das war eine coole Nummer. Das ist aber auch hier weg. Diese Fische gehen mir umsack. Und es werden immer mehr. Boah. Du hast ja irgendeine Hümmel am Kopf. Können wir die mal weg machen? Boah. 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 Boetta. Boat. Untertitelung. BR 2018